So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich steige auf einen Körperscanner. Ich meine, das Ganze bekommen wir ja auf der Map angezeigt. Fortnite macht es uns YouTubern echt ein bisschen schwer, dass ihr überhaupt nach Aufgaben sucht. Aber was müssen wir machen? Richtig, ihr solltet einfach auf einen Körperscanner draufgehen und euch scannen lassen. Ich nehme jetzt hier einfach mal den äußeren. Und ihr wisst ja, ich lade keine Leaks mehr hoch, was das betrifft, sondern zeige euch wirklich, wie die Aufgabe funktioniert. Oder allerspätestens am Thumbmail werdet ihr dann sehen, dass ich die Aufgabe auch abgeschlossen habe. Weil was das betrifft, da bin ich ziemlich eigen. Ich will halt wirklich jede Aufgabe auch abgeschlossen haben. Die XP hole ich mir trotzdem auf jeden Fall immer wieder mit. Weil ich mag es einfach nicht. Keine Ahnung, die Aufgabe habe ich schon letzte Woche gesehen, was man da machen muss. Aber da habe ich mir gedacht, ne, nein, ich will nicht leaken. Weil was bringt es euch eine Aufgabe vor, ihr zu wissen, die Aufgabe muss da sein. Man will halt wirklich sehen, die XP kommen und dann will man die Aufgabe auch machen. Ihr seht es gerade, wir müssen dann halt hier zu so einer Station hingehen. Natürlich habe ich irgendeinen Dulli, der mit mir runterkommt. Jetzt ist halt die Frage, lasse ich die als erstes da hingehen? Und gehe dann erst da hin? Weil es ist halt, wie ich gesehen habe, immer in so einer kleinen Hütte. Ach Gott, gar kein Bock jetzt. Ich will eigentlich nur ganz entspannt Aufgaben machen, mehr nicht. Aber nicht nur noch hier rumpfeifen. Jetzt muss ich gerade gucken, ob ich scannere hier. Ach, hier ist es doch schon. Zack. Und schon ist die Aufgabe geschafft. 3000 XP. Auf ganz entspannt. Sollen wir jetzt die fiese Art machen? Wir warten einfach, bis ihr Gegner kommt. Weil die zwei haben sich hier gerade bekämpft. Aber ihr habt gesehen, ihr müsst einfach nur da drauf gehen. Mehr ist es nicht. Und dann habt ihr die Aufgabe auch schon geschafft. Ihr habt es gesehen. Oben links steht es jetzt. Steige auf einen Körperscanner. 3000 XP. Auch ganz entspannt wieder mitgenommen. Aber ich glaube, hier kommt auch gerade keiner hin. Ich glaube, die sind einfach nur random hier gelandet. Und in dem Sinne würde ich sagen... Ah, kommt doch einer? Ja, er will mich wegholen. Obwohl es mich überhaupt nicht interessiert. Ja, was macht er? Eieieiei. Wie gesagt, ich bin nur hier wegen der Aufgabe. Und in dem Sinne sage ich mal, euch auf jeden Fall viel Spaß. Und guckt auf jeden Fall die anderen Aufgaben bei mir. Ich freue mich über jeden Support. In dem Sinne, haut rein.